Schade. Oh, ich glaube, ja, ein Schlüssel. Wahrscheinlich aber nicht der hier, oder? Nein. Ich glaube, das ist irgendeine Sicherung. Ja, dann würde ich mal sagen, Sesam, öffne dich. Oh je, das gefällt mir nicht. So, Medipack benutzen. Aha. Aha. Ja. Erstmal die Sachen hier aufheben. Und dann gucken wir einfach mal, was hier zu tun ist. Wahrscheinlich das Feuer irgendwie auskriegen. Und ja, super, ich komme hier nicht mehr rauf. Ach so, doch, hier. Ich dachte schon, ich wäre verloren. Und das kann ich auch, Lara. Das ist nicht die Einzige. So. Hast du irgendwas verloren? Ja, Utsimuni? Äh, ja. Feuer. Immer wenn ich Feuer ziehe, muss ich das singen. So. Haben wir hier einen Schalter hinter? Ja, sehr schön. So, ich weiß nicht, ob das ein Timerun ist. Deshalb knall ich erst mal gegen die Wand. So, beeil dich. Ich weiß nicht, was jetzt aufgegangen ist. Ach so, es ist kein Timerun. Sehr gut. Aber hätte ja sein können, ne? Man kann ja nie wissen. So, was ist aufgegangen? Die offensichtlich nicht, aber offensichtlich die da hinten. Oh nein, nicht der Raum. Ich habe da, ja, nicht so viele schöne Erinnerungen. Obwohl, vielleicht übertreibe ich es auch gerade. Auf jeden Fall muss man sich hier sehr schnell beeilen, weil auf den ganzen Sachen liegt, ja, Munition. Da in der Mitte liegt ein Schlüssel. Und, ja, ganz viel. Und ganz viele Schalter, so. Ich werde auf jeden Fall speichern an der Stelle. Ja, einfach mal runter speichern. Ich glaube, ich werde den erst mal benutzen. So. Ähm. Keine Ahnung, was da jetzt... Ach so, hier. Aha. Ich glaube, man muss sich beeilen. Ah, das nehmen wir auch nochmal eben auf. Aha. Also, ich habe hier zum Glück gespeichert, falls das alles ein Timerun ist, ne? Auf jeden Fall sind sie sehr großzügig hier mit den Munitionen. Oha. Ganz viel. Aha. Ja. Sehr schön. Hier auch nochmal. Wow. Aha. Was gibt denn hier alles? So viel Zeug liegt hier herum. Oh, vorsicht. Nicht zu nah. Ja, wofür war das jetzt? Ich glaube, ich mache einfach mal das hier weg. Vielleicht ist da was drunter. Äh, nein. Ich habe keine Ahnung, wofür. Aber okay. So, ist ja noch irgendwo Feuer ausgegangen. Äh, nein. Oh, ich muss auch passen. So. Ach so. Damit ich den Hebel betätigen kann, muss ich das machen. Okay. So, und jetzt? Was ist jetzt ausgegangen? Ja, hier. Oh, Leute. So viel. Oh, so, so viel. Das ist ein Schlaraffenland für Lara und für mich. Aha. Jetzt können wir uns sehr gut verteidigen. Äh, willst du das bitte nehmen? Aha. Aha. So, was haben wir hier? Oh, Simoni. Ja, sehr schön. Und es sieht ganz so aus, als ob das doch keine Timeruns sind. Was mich natürlich sehr freut. Ähm. Okay. Okay. So, als nächstes. Einfach mal den hier. So. Äh, nein. Okay. Ich höre, glaube ich, aus der Ferne einen Schlägertypen. Ganz, ganz leise. Aha. So. Ah, ist doch schön hier. Aha. So viel Munition zu finden. Es freut mich sehr. Obwohl wir die Harpune noch gar nicht haben. Aha. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die damals hier gefunden habe. Das weiß ich nicht mehr. So, jetzt müssen wir nur noch zwei Schalter betätigen. Und erst mal kommt der hier. Okay. Hier ist ein Schlägertyp. Hört ihr das? Naja. Aha. Gleich, gleich. Haben wir ja noch Zeit. So. Aha. Aha. Uh, scheiße. Das war gemein. Das war wirklich gemein. Ja, okay. Alles nochmal neu machen. Das ist echt gemein. Ich glaube, dann betätige ich den direkt damit. Ach, das war... Ah, das war gemein. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aha. Das kann so lange dauern jetzt wieder. Oh je. Lara, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ne? Aha. Ey, das war so gemein. Echt fies. Naja, ich hätte auch besser aufpassen sollen. Okay, wo war noch... Okay. So. Ja, genau hier war das. Aha. Habe ich ganz vergessen, dass hier eben kein Feuer an war. Aha. So, ganz schnell. Nicht rumtrödeln. Bitte nicht bummeln. Ah, jetzt habe ich irgendwie Lust, Harry Potter zu gucken. Aha. Aha. Immer dieses Aha. Das gefällt mir. Schade, dass das bei Tomb Raider 3 nicht mehr war. So, dann auch nochmal hier. Aha. Diese Lara hatte ich mal als Figur. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Custom Level erzählt. Aber ich wiederhole es immer wieder gerne. So, dann hier nochmal. Ich glaube, dann mache ich auch direkt mal das hier. So, und diesmal aufpassen. Diesmal speichere ich auch mal wieder. Ne? Am besten hier. Ah, so. Jetzt muss ich gut aufpassen. Nicht, dass ich da wieder rein renne. Ja, es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Feuer, Feuer, Feuer. Let it burn. Und so. Mein Englisch ist fantastisch. Ich weiß. So. Aha. Aha. So, nur noch ein Hebel. Und dann haben wir einen Schlüssel. Aha. Aha. Ich weiß. Sehr interessant, ne? So, jetzt muss ich den durch den Raum schieben. Beziehungsweise auch ziehen. Ja, ja. Alles wird gut, Lara. Okay. Jetzt ist das Feuer direkt hinter mir. Und zur Seite. Ich möchte gern diesen Schlüssel haben. Ja. Komischerweise sind die ganzen Sachen nicht verbrannt. Aber okay. Das ist die Logik von Tomb Raider. Naja. In jedem Spiel gibt's ne komische Logik, muss ich sagen. Aber kann ja auch ganz witzig sein. Oh Mann, das dauert aber ewig. Wir müssen ewig Zeit haben, Lara, ne? Hopp, hopp, hier. Wir haben's gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. So, nur noch einmal und dann hui. Genau. Yay, geschafft. Yay. Happy und so. Der Schlüssel gehört mir. The key is mine. Herr damit. Aha. Hui, ne Rolle in der Luft. So, wie heißt denn der Schlüssel? Rusty Key. Rostiger Schlüssel. Okay. Oh, na toll. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaub, ich speichere nochmal. Ich speichere wirklich oft, aber... Sicher ist sicher. So, wo war er denn? War der hier unten, oder? Ich hab keine Ahnung. Okay, hier ist ja noch ne Tür. Oh nein. Oh je, das wird was. So. Ich bin am überlegen, ob ich den Granatwerfer nehme, aber... Ah, schnell weg hier. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Ah, Hilfe. Ach, das war doch kein Ding. Kein Ding für den Keggen hier. Ah, ja. Ah, ja. So. Aha. Ich muss mal eben gucken, wie viel Munition ich jetzt habe. Sechs, ja, nicht so viel. 160 geht, klar. Und Simoni haben wir sehr viel. Für M16 haben wir eigentlich auch ganz viel. Für Granatwerfer, ja, wie immer, zehn irgendwie. Für die Apuna haben wir sehr viel. So. Schon wieder ne große Halle. Aha. Ja. Das hat irgendwie jetzt nicht gepasst. Keine Gegner sind rausgekommen. Ja, okay, außer die da eben. Oh. Oh, oh. Tja. Tja, tja. So ist das, ne? So ist das hier. Und da ist ein Schalter. Yay. Aha. Jetzt sag ich schon. Aha. Oh. Will ich da rein? Na, ich hab zwar eben gespeichert, aber wisst ihr was, Leute? Ich muss das einfach nochmal machen. Ich muss das einfach nochmal machen. Hier ist nochmal ne Sicherung. Ich glaub, ich geh einfach mal hier rein, oder? Achso, hier bin ich. Achso. 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 Dann ab, raus hier wieder. Äh, wo ist die andere Tür? Irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten. Das hört sich immer so an, als ob hier jemand duscht, ne? Duscht hier gerade jemand? Kann ich mitduschen? Ja, da gehen wir gleich rein. Ich möchte erstmal hier hin. Ich möchte erstmal hier hin. Ich möchte erstmal hier hin. Oh, was war das? Was war das? No. No. Ah, ja. So ist das, ne? So ist das. Oh, was war das? Aha. Aha. Ja. Sehr schön. Wei, wei, wei. Oh, yeah. Gut. Noch zwei Türen sind übrig. Die eine geh ich jetzt rein. Und, ja. Oh. Sehr langer Gang. Ein sehr, sehr, sehr langer Gang. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ach, sehr schön. Ach so, hier ist ja auch noch Wasser. Stimmt ja. Stimmt, stimmt. Hier ist ja Wasser. Jess. Und. Okay. Und.